Ja, ich gucke, ob die Fotografie drin ist, wie voll eigentlich das sein sollte. Ja, der eine, der... ...wurde gebannt, weil er ja Cheats benutzt hat. Ja, der hat die Form gehalten, ey. So, herzlich willkommen zu Left 4 Dead 2 und, ähm, ja, hier wird gleich gezockt. Könnt ihr mal Hallo sagen auf meinem Gaming-Channel. Juhu! Was geht? Äh, so. Und erstellen, Lobby, so, Lobby erstellen, Freunde einladen. Wen haben wir? Einmal dich, einmal dich. So, spiel. Und ich hatte einen dicken Arsch gerade im Gesicht, yay. Mhm. So, spät beitreten. Ich bin drin. Ab geht die Post. Ich mach immer zum Starten abstimmen. Immer rein da. Äh, hast du ihn schon vorgewarnt? Äh, hast du ihn schon vorgewarnt? Bei dem Spiel. Das kenn ich. Nee, warum eher nicht, treff ich eher gern One-Hit. Inwiefern meinst du das jetzt? Ich hab schon oft genug gehabt, wo ich das eigentlich gespielt habe. Eher auf so extrem. Hab einen Kollegen getroffen, Ronnet tot. Ich muss jetzt mal eben ein bisschen runterdrehen. So, warum war der Zaun? Ah, scheiße. Jetzt muss ich mit dem Bild leben. Ich hab vergessen, äh, meinen Taschen am Skin abzuschalten. So, dann wollen wir mal. So, warum ist das, ich versteh nicht, warum das so laut ist. Was ist laut? Ich hab's bei mir eben runtergedreht. Achso, das Spiel? Nein, nein, nein. Das Spiel, meinst du, ja, ist normal. Du musst ordentlich runterschrauben unter Audio im Spiel. Dynamikkompression, die können wir ja nicht so machen live, das ist normal. Das kannst du bei einer Aufnahme machen, bevor du das bei YouTube hochlädst und dein Audio bearbeitest mit Outer City, aber das geht so live halt schlecht. Jedenfalls hab ich kein Plugin für OBS Studio zum Beispiel, oder, ne, dann haben wir Benutzer jetzt gerade Discord, da kenn ich mich sowieso gar nicht mit aus, was möglich ist und was nicht. So. Alles Technik gefrisse. Oh, ich hab meine Sachen vergessen. Oh. Oh. Ah, Sexbummel, lol. Alles B, nur noch. Schau, ich krieg natürlich die Modder ab. Danke. Ey, da weg hier. So. Was halt richtig cool wär, wenn man so beim Zocken und Quatschen mit Auto-Ducking den Spiel-Sound immer wegdrücken könnte, wenn ihr quasselt halt, ne, oder wenn ich quassel. Was soll denn das Geheule? Ja. Ja. Aber, ja, irgendwie scheitert's da bei mir noch an der Umsetzung. Falls das überhaupt möglich ist, ne? Ja. Ich mein, so mit ner Aufnahme, die du für YouTube gemacht hast, kannst du nachher vieles anstellen, aber, naja. Ja. 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 Die hasse ich auch, wie die fest. Da können wir uns alle wenigstens die Hand reifen. Eine Chuck Norris Waffe funktioniert nicht. Chuck Norris installiert Windows 10 auf einem 486er. Aber sicher. Aber den kleinen 33er, nicht den 66 Megahertz. Alles andere wäre ja langweilig. Nein, nein, den muss man sich ja auch richtig machen. Drecks! Fakku! Ah, Fallrunde! Ach du Scheiß, jetzt kommt er wieder so ein... Charger! Genau. Hi! Könnte man eine zweite Kräfte gebrauchen? Ich laufe immer noch mit nur einer rum. Hä? Ich hätte am Anfang grob auf dem Dach waren das Zeug. Echt? Ja. Bin ich aber schön gefailt, ja jetzt. So'n Kack. Wie war das? Wie war das? Wie war das? Aller Anfang ist schwer. Ja, ich habe es jetzt zuvor auch schon länger nicht mehr gespielt, ne? Ich habe nur mal eine Testaufnahme gemacht, hier auf meinem Ubuntu Gaming Kanal. Komm! Hö! Drecks Hunter hat mich vergewaltigt. Wir müssten erst abfahren, wer... Wer gewaltigt, ja? Mach die Tür auf und dann brennt es, ey. Ich glaube wir müssen hier draußen noch mal irgendwie lang, ne? Ich mach mal die mal kurz Aufnahme, den... Mach mal soo... Wo draußen? Na, wir starten will er eigentlich nicht. Was will er denn nicht starten? Mhm Defibrillator Warum macht er bei mir Screenshot? Was benutzen? MSI Afterburner oder was? Raus auf den Sims! Nee, Leaversetter, äh, Steam sage ich schon hat bei mir automatisch ein Screenshot geschossen Achso Ich wollte mir selbst mal eine Aufnahme selber starten, dann könnt ihr selber sehen wie ihr bei mir nämlich aussehen Lade nach Was benutzen zum Aufnehmen? Auch OBS Studio oder? Ja Ja, ist halt easy, ne? Kannst schön dein Layout bearbeiten Exvieg Ja Ich benutze das andere OBS Du hast ja das Klasspring Ja Kriss den Scheiß hier Ab in Fahrstuhl und weg hier Du gehst Du gehst! Patsch Steh mal, steh Keine Ahnung Gehen alle hier rein? Mir geht's doch noch gut Ach, Coach Du siehst die Ninilein bei mir aus Manche sagen L Aber ich mag Alice mehr, weil L klingt wie ein Mädchen Du siehst so aus Ist auch okay Sehr so Oh, ich sehe gerade, dass sie zwei verschiedene Augenfarben hat Ja Kann denn für Coach hier eigentlich noch jemand mit dazu kommen? Zum Zocken Drück auf den Knopf bevor sie erbrennt Sicher Ich denke mal, es kann noch einer dazu stoßen, oder? Oder muss er warten, bis wir die Runde fertig haben? Doch, kann auch dazu kommen, aber es hört drauf an Ich meine jetzt so allgemein Jemand, der jetzt von außerhalb auf schnelles Spiel klickt Dass er beitreten könnte, ne? Dann müssen wir uns zu dritt hier durchkämpfen Ja Oh Oh Warum geht denn auf mich los? Ja, wollen wir mit dem Vorstuhl fahren Ah Erstmal eben kurz aus dem Spiel raus Warum auch immer Was? Er ist mir gerade aus dem Spiel rausgesprungen Auf dem Desktop quasi Oh Aber ich konnte ja wieder zurückswitchen Wie geht das denn los? Los ist immer fatal Linux ist einem manchmal auch ein Rätsel Aber naja, was soll's Allgemein ist es aber lustigerweise zuverlässiger Ich werde mit Linux niemals klarkommen Ach Ubuntu ist eigentlich recht einfach Da kommt man gut mit da Bleibt bei Windows und fertig Ja, das ist Wenn man dann und wann mal neu installiert auch voll in Ordnung, geht auch Mit neuen Installation habe ich kein Problem Windows habe ich gerade 8.1 laufen Weil sie Windows 7 irgendwie kaputt patchen Bei Microsoft ist voll ätzend Kannst du keine Retro-Games mehr drauf laufen lassen Also ältere Spiele halt so, ne? Kannst du nicht installieren Und solche Geschichten Oh scheiße, ist eine Witch Verdammt Kacke, die macht uns jetzt fertig Oh mein Gott, oh mein Gott Hilfe! Ach du Scheiße Verdammt Verdammt In der heutigen Zeit würde ich Kein Windows 7 mehr empfehlen Gibt zwar noch in In gewissen Zeitraum Ein Support Was inhaltet nicht mal mehr An Sicherheitsupdates Ja, aber Bis dahin, wo sie eigentlich angefangen haben Das kaputt zu patchen Weil die Sicherheitsupdates Keine Sicherheitsupdates mehr sind Sondern irgendein anderer Krempel noch mit drin Das ist eigentlich in Ordnung Das System, ne? Windows 7 war bisher immer so einer der besten Trip-Systeme Ja, das war das neue XP halt, ne? Eben, Windows XP So ungefähr Moderner, schlankender Schnell Sollen wir da mal vorbeischauen? So, was wollte ich? Das denke ich auch Ja, vorbei, schlanker nicht unbedingt Okay, seid ihr bereit? So, so beim Umstieg von Von XP auf Windows 7 Ich hab ja Windows Vista übersprungen War es dann halt auch der Umstieg von 32 Bit auf 64 Bit, ne? Dann warst du dann halt froh, dass du mehr Arbeitsspeicher nutzen konntest Und statt nur 2 oder 3 Gigabyte RAM Dann halt mal Ja, heutzutage mal eben 32 Gigabyte im Rechner War unstandard Gut, bei mir hab ich ja momentan Mein RAM ja aufgeteilt Wie aufgeteilt? Willst du aufteilen? Hast du Dual Channel oder was? Wie meinst du? Äh, nein Ich hab auch eigentlich 32 Gigabyte Aber damit der PC von der Nini 9 funktioniert Hab ich, ähm, von meinen 32 Gigabyte 16 Gigabyte abgegeben Achso, und jetzt habt ihr beide 16 Aber geht ja auch Genau Ja Ja, im Moment reicht das so völlig Von uns zumindest Übergangsweise könnte ich damit auch leben Aber ich bin froh 32 drin zu haben Der Catch, der bringt's dann halt, ne? Ja Das merkst du selbst mit SSD sogar Ja, das ist doch Schon wieder ne Witch Echt? Wo? Licht ausmachen Randpirschen von hinten und dann die Shotgun reindrücken Oh, ich hab grad eine in der Hand Oh, ne Wo ist die? Die ist hier bei mir Ja Ah, okay Vielleicht nicht mehr Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Und hinter mir ist er wieder her, ne? Verdammt Aus der Schussbahn Verdammt Komm schon, komm Hala Bin doch schon dabei Was ist da los? Boah Äh, mein ist da Bitter Toreck Ich heil mich mal eben Ich hab ja noch nen Headpack hier Ja, mach das Irgendwie bist du der Leidtragende hier Oh, läuft Das kann sich auch ganz schnell Ich hab die ganzen Pflanzen pink Das kann sich auch ganz schnell ändern, ne? Ja, aber was ich da eigentlich noch sagen würde wegen der Rammgeschichte jetzt noch Mit dir bisher läuft, aber ich hab meins geteilt Die Rammpreise montern unnormal hoch Ja, kommt ja auch drauf an welchen du hast, ne? Wenn du so wie ich noch nen alten i7 Sandy Bridge benutzt oder nen arm dfx wie ich meinem alten halt der gespendiert hab Dann hast du DDR3-Ramm, den kriegst du wahrscheinlich gut, ne? Weil jetzt... Neukauf geht ja... Hä? Auch relativ teuer Ja, echt? Wir haben ja DDR4 Ja, wir haben DDR4 mittlerweile Ja, ja, der ist teuer, das ist klar Der kostet alleine die G-Skill Trident 68 GB in der 3000 MHz-A-Variante Mal eben knapp 300 Euro Shit Ich weiß noch, wo ich mir meinen Ramm geholt hab, da kostete ein 16 GB Kit irgendwie 120 Euro Fand ich aber in Ordnung, das passt Warte, das ging ja noch Dann hab ich mir halt irgendwann ein zweites geholt, ne? Na ja, nicht auch in Ordnung, weil halt Die Rammpreise sind unnormal hoch Was laden? Dann gleich eben Das ist meine... A-da-da-da-da-da Das ist meine 32 GB, die ich habe, die kosten aktuell neu um knapp 400 Euro Die sind ganz ganz neuen die G-Skill jetzt rausgebracht hat, ich höre einen Tank. Ja der kommt hoch! Hier unten! G-Skill hatte ich früher mal im Admon XP verbaut. Der hat ja auch gute Rahmen, ohne Frage. Ich habe hier jetzt gerade Crucial Ballistics Sport 1600 da. Au! Au! Ähm! Ist auch in Ordnung. Laut SPD könnte man den auch übertaktet laufen lassen, mit ein bisschen höherer Latenz. Dann läuft er auf 1800 irgendwas. Ist ganz praktisch, wenn du über Referenztakt übertakten willst. Und das kannst du bei dem i7 vergessen. Da geht nichts. Mit dem AMD FX konntest du es aber machen. Und dann noch den L3 Catch übertacken. Willst du kräftig glocken, musst du AMD rocken. Ist halt einfach so. Kann man das natürlich auch sein. Wenn du das dann halt machst mit dem dicken Tower-Kühler, dann ist der i7 hier auch definitiv im Nachteil. Ich ärgere mich manchmal, dass ich den mal in DAD gegeben habe. Und damit ich Oldschool jetzt hier im Endeffekt mal wieder blau-grün fahre. Also, Intel NVIDIA, ne? Au! Komm da, doch mal was für einen Kühler man natürlich nutzt, ne? Na ja, so viel nehmen sich die ganzen Tower-Kühler ja nicht. Na ja, was für einen hast du drinne? In meinem Hauptrechner ist ein Mugen-3 drinne. Ist geil. Okay, das war mein alten PC mit den i7 4790 Tower. Boah. Okay, für den 3, wenn ich die Viecher hier mal wechselkaufe. Okay, okay. Achtung! Aufpassen! Lade nach! Ah! Wann noch welche da? Wann noch welche da? Oh man, ich bin am Arsch. Ich bin richtig am Arsch. Das ist irgendwo so ein Jockey am Arsch rumhüpfen gewesen. Ich lade nach! Hier ist ein Medi-Kit. Hier ist ein Verbandzeug. Echt? Cool. Brauche ich. Wo ich gerade stehe. Erstmal gleich heilen, ja. Klasse Hunter! Boah! 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 Was sagen wollte bei meinem alten 4790 K. Den konnte ich ähm mit nem Tower-Kühler mühelos mal eben Wasser vom Fliegeherz übertackten. Oh nicht schlecht. Der wurde nicht wärmer als 60 Grad. Das ist nett, aber das ist halt auch nicht die Regel, da kannst du nicht von ausgehen, wenn du dir halt Hardware anschaffst, dass das funktioniert. Stabil vor allen Dingen. Meistens kommst du so bei irgendwas über 4 Gigahertz halt raus. Na ja, wenn ich jetzt so mein überlege, der hat einen Standard-Takt von 4,4 Gigahertz. Gut, der von Miniline ist ein bisschen übertrieben. Der hat zwar einen Standard-Takt von 3,7, glaube ich, aber in Turbo ist der ja auf 4,7. Und der ist auch nicht. Ach, wir müssen jetzt die Cola holen, ne? Ja. Wer will die Cola holen? Ja, besser ist, wenn man zusammen reinläuft, ne? Also wer sie trägt, ist eigentlich egal, Hauptsache man läuft zusammen, weil einer alleine wird recht schnell verrecken sonst hier. Das meinte ich nicht, sondern einer holt. Einer holt, der Rest gibt Rückendeckung. Wer schneller ist, oder so, hab sie. Da sollte man sich schon ein bisschen drauf absprechen. Ich habe sie erstmal kurz abgelegt, um die Welle erstmal mit abzuwehren, ne? Wenn du die in der Hand hältst, kannst du halt nicht ballern. Ich weiß, aber das stört mich nicht. Kannst du sonst ein bisschen ein paar Zombies damit halt schlagen, ne? Ich wollte schon gerade Aliens sagen, wir kommen hier auf Aliens. Nein. Auch gut, ey. Cola ist nicht gesund. Zombie Survival Game und ich will Alien sagen, das ist echt geil. Was? Oh. Ähm. Der kann leicht schneiden schlagen. Warum? Oh mein Gott. Da. Mein Spiel ist abgeschmiert. Was? Auch deswegen stehst du da so. Ja. Die Kacke. Mein Spiel ist abgeschmiert. Oh. Da ist ein Panther. Ich mache Hilfe. Warum? Outsch. Verreckt. Sofort. Oh man. Danke. Machen wir ihn jetzt am besten. Dann warten wir noch mal bis sie... Wir warten bis sie da ist. Kann sie einfach neu joinen, ja? Geht das? Ja. Das ist erstmal inaktiv. Wie macht man das eigentlich? So im Pause-Modus kann man ja auch gehen, ne? Inaktiv. Das ist so eine Sache, die ich völlig verpeilt habe. Hm. Keine Ahnung. Ja. Geh nochmal runter. Dann Munini. Achja, das kann man ja machen, ne? Lege. Laservisier! Das ist ja nichts mehr. Ja, schieß den scheiß, doch rein. Fahr. Oh, wer will hier... Was ist das? Schlägt hier jemand auf dem Pferdteil? Munition! Ich höre einen Hunter. Irgendwo rülpst er da so vor sich hin. Kann er draußen bleiben. da war ja ich verarschen jetzt sind dann jetzt eigentlich weiter ich weiß es gar nicht mehr wir gehen gleich erstmal zum nächsten um wenn die dame mal da wäre ich habe ein standbild erschließt das scheiß ding nicht mehr das manager ploppt immer auf taskmanager killen ich hab's gemacht weiß ich nicht der hat irgendeine fehlermeldung angezeigt die konnte ich nicht mal lesen kann man gar kein fenster dran reset button neu hochfahren ja übertaktet bisschen zu viel vielleicht was not stable da hau ich irgendwie zu viel auf ähm du musst besser auf dich äh ich wollte grad sagen muss auch da raus gehen ja genau scheiße ich werde mal scheiß starten müssen spät tut sich egal ich denke ich behalten das wird helfen das wird helfen oh ne schaffen das wie gehen wir zum nächsten komm am besten ich stoße später dazu ja ah ne stimmt hier hinten ging es irgendwie weiter ne durch die trömer oder so ne ja egal gerade ich hab zwar einen mod rein ah fuck ja und Näh, 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 näh. Ne, näh, 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 näh. Da sie noch keine SSDs besitzt, ist ihr mit denen ich gerade so am schnellsten vermogen bin. Was meinst du? Keine SSD verbaut oder was? Ja, sie hat keine SSDs verbaut. Okay. Ja gut, aber er ist eigentlich nur beim Hochfahren, ne? Sobald er dann mal den übrig gebliebenen Arbeitsspeicher nutzt als Catch, dann geht's eigentlich. Hab ich lange Zeit auch ohne SSD getrieben. Ich hab bei mir mittlerweile eine SSD und eine M2 drin und das merkt man schon gewaltig. Ja, ich hab nur normal SSD halt und HDD dazu, ne? Aber das hier läuft grad bei mir alles tatsächlich komplett auf SSD. Mein Ubuntu hier. Das so drauf betreibe hier. Das passiert, wenn man mir grade in Linse reinbreddert. Oh, da ist ein Headband. War einer. Boomer! Boomer! Ich fand das doch geil, wo ich ganz am Anfang mit Left 4 Dead angefangen hatte und dann auch Add-ons reingepackt hatte. Und da sah der Charger, ne nicht Charger, der Hunter so aus wie Hitler. Das hat richtig Leute gemacht immer dauernd Hitler zu killen. Hat nur noch gefehlt, dass er noch sagt Mein Leben oder was? Wolfenstein 3D oder so. Mein Leben! Da kommt ein Charger. Äh, ein Jockey. Da war einer. Und irgendwo höre ich den Hunter. Der röpst doch da schon wieder vor sich hin. Da ist er noch. Gewesen. Hehehe. Oh, ein Incoming kommt. Hi, so sehr. Ich lade nach. Los, rein mit euch! Ist geil, wir können uns ja immer wieder Munition holen, ne? Hehehe. Wirken. Die eine Map, die ich hatte mal vor... Was ist ich wie lange Zeit war? Lieber wirklich hinter. War mal einfach nicht nur auf den Zug. Schloss jetzt da draußen. Oben drauf. Und von einer einzigen Richtung kamen nur die ganzen Monster. Die ganzen... Zombies. So, Munition war unter. Man hatte gute Waffen. Brauchte du doch geradeaus schießt um die ganzen Viecher lahmlegen. Und es kamen unendlich viele. Wenn man so ein Stück bisschen voran geht, kommt irgendwann der Schutzraum. Gehst du irgendwann durch und hast dann gefühlte 20.000 Zombies gekillt. Die Map habe ich aber leider nicht mehr gefunden. Na, hat sie den Rechner jetzt doch noch ganz zerrissen, oder? Jetzt dauert es doch langsam. Merkwürdig lange. Jaaaa. Soll ich mal gucken gehen? Kommt ja mal drauf an, ne? Wie habt ihr denn das gemacht mit den Übertakten? Habt ihr da ordentlich Spannung mehr drauf gegeben, oder? Hehehe. Was? Zeigt ihr mich? Ah, da ist er wieder. Ja. Aha. Alter Schwede. Ich hab schon gedacht, ich muss meinen Talgen wieder zerpflücken jetzt. Ja, spring gegen die Wand, du Idiot. Ja, komm, Maja, jetzt haben wir's schon fertig. Die gesündeste Variante zu übertakten ist ja, dass du nicht extra Spannung drauf gibst, sondern die Standardspannung ein bisschen absenken kannst noch, ne? Dabei übertaktet. Ja, unsere sind ja gar nicht übertaktet. Achso, ich dachte, weil du eben meintest, was von 5 GHz und so. Nein, unsere können über 5 GHz gehen, aber übertaktet sind sie nicht. Achso, okay. Jetzt zu einem Prozess habe ich schon auf 5,3 GHz, aber das macht die Kühlung nicht mit, auch wenn es eine Wasserkühlung ist. Die Kühlung gehe ich ab. Ich dachte, du bist so verarscht. Das ist nicht so pflegeleicht, ne? Bei dem? Bitte? Das ist nicht so pflegeleicht. Doch, es ist schon sehr pflegeleicht. Es kommt nur wirklich drauf an, welche Kühlung man auf welchen Prozessor setzt. Und die Kühlung, die ich auf meinem Prozessor habe, die ist eher mehr so... Yeah! Die ist zwar okay, man lässt damit einiges machen, aber was übertaktet ist, ist eher mehr der... Ne, ich lass mal lieber die Finger davon. Also knappe 100 Grad Kerntemperatur ist nicht gerade so das wahre. Das ist ein bisschen sehr viel, ja. Ja. Sollte man nicht so unbedingt über 60 übergehen, ne? Sonst ist das... Ja. Na ja, 60 geht ja auch noch. 80 Grad geht ja auch noch. So, können sie ruhig über die Tür laufen. So, wie sieht's denn jetzt aus hier? Können wir weitermachen, oder? Also, ich bin wieder drin. Ja, dann ist doch alles cool, ja. Dann können wir ja weitermachen. Fängt ja schon gut an. Nein, guck, wie lange er braucht, bis er wieder abspielt. Lade! Vielleicht hat's dein Windows auch nur zersägt mit der Zeit, musst du mal neu installieren. Das ist schon frisch neu. Was? Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist schon frisch neu aufgeläsert. Das hatte ich erst voran habe ich das gemacht. Letzten Monat, ne? Dezember, ne? Ja. Okay. Da haben wir eigentlich ja dein neues Ort geholt. Läuft der Arbeitsspeicher vielleicht nicht richtig, dass er abkackt, ne? Latenz nicht. Ja, das sind eher die Festplatten, die Probleme machen. Das ist noch das kälteste aus den gesamten Behäuse. Na, vielleicht hätte ich einen Neustart machen sollen, nachdem ich Bilde war, bei dem Video wartet und sowas gemacht habe. Wollten wir auch normalerweise machen. Ach du Scheiße. Ich hab ja... Immer auf mich drauf, ne? So geil, ey. So, jetzt muss ich grad gucken, wie man wird. So. Ich hatte ja vorhin noch Sack-Netz fertig gemacht, wie das hochgeladen, wie das bearbeitet. Und hab dann direkt mit Zocken angefangen. Ich glaub, das bekam mich nicht mehr so gut. Weil das ist ja bei mir das gleich ja mit meiner VR. Hm. Apropos VR, du hast deine noch gar nicht angeschlossen, ne? Ne, sollte ich vielleicht später mal machen. Also ich mach das dann grundsätzlich so mit dem Arbeitsspeicher. Ich... Stell die Latenzen halt vernünftig fest ein im BIOS, ne? Also möglichst wenig Autofunktion halt. Kann man ja auslesen, was die Dinger brauchen und wie sie funktionieren, ne? Läuft am zuverlässigsten nachher. Ich hab doch keine Probleme bis dann so schießt bei mir läuft. Hab ich doch keine Probleme. Ich würd uns mal das Board austauschen, das war's aber auch. Ja, bei dir ist irgendwas. Ja, ich hab mein Rainboard auch gekauft. Und das hat allein mit diesem hier RAM-Regeln irgendwie so ein paar Probleme. Dass ich gerne mal so diese... Wie heißt das? RAM-Management für mich Fehler bekomme. Ja, wo die dann eine ganze PC abspürt. Blue screen! Ja, das ist das typische Auto-Sensing, was nicht funktioniert, ne? Musst halt die Latenzen selber mal im BIOS einstellen. Und die Spannung vor allen Dingen. Ne, das... Äh, die, die, die... Na. Also das sind so typische Probleme, die ich kenne, ne? Die ich halt so behebe. Ja, das Problem ist halt, wir haben's mit dem RAM-Sockel ausprobiert und es liegt eindeutig an Bord. Ja, ja. Weil mit vier RAM läuft es nicht wirklich funktioniert zwar, aber er stützt irgendwann nach... Ja, nach 20 Minuten oder sowas mal komplett ab. Und jetzt sind nur zwei RAM-Riegel drinne und er läuft ohne Probleme. Hm. Die sind weder übertaktet noch sonst irgendwas. Ah! Da steht hinter der Tür! Entschuldigung für Schreien. Ja gut, aber wenn die Reaktionszeiten vom Auto-Sensing her nicht ganz richtig konfiguriert sind, dann kann das halt natürlich auch erst bei Vollbestückung auch wirklich erst auffallen, ne? Vollbelastung halt quasi. Richtig schlimm war das damals mit meinem 6 Gigabyte-Board. Rennest du dich noch dran? Ja! Rennest du dich noch dran? Lass mich auch dran. Lass mich auch dran. Lass mich auch dran. Aber man hat 16 Gigabyte drinne gehabt, DDR3. Ich fahr den PC hoch und die RAM war instant bei 90% ausgelastet. Ja okay, da lief dann ja aber Software oder nicht? Arbeitsspeicher ist ja nicht einfach so von nichts einfach belegt. Oh! Er war aber instant voll! Ist ja auch lustig. Voll direkt nach der Installation! Er hat den PC neu gemacht und direkt, bumm! Wo war der Arbeitsspeicher alles hin? Alles billig! Geht der Alarm los! Ja. Aber wobei, kann natürlich sein, dass durch Instabilität halt Daten-Schrott drin ist, ne? Das wäre natürlich auch möglich. Nein, das hatten wir halt selbst, wo wir den PC neu gemacht hatten. Ups! Das ist mal die Tierinstallation von Windows. Wo ist das? Was laden! War, die RAM immer 100% voll, immer. Wurzladen! 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 Bei mir! AAAAAAAAHHHH! die und an hier ist wieder was los ich fliege was ist hier los der alarm 40 minuten zocken wir schon abgesehen von deiner pause weil dein rechner abgeschmiert ist ich muss euch immer retten ja mann geil hier gibt es diese diese diegel die feste die fest richtig ich denke mal dass das nicht diese diegel ist es ist diese pistole halt mit diesem richtig fetten bums das ist die magnum bei max pain bei max pain ist das die diese diegel im ersten teil das ist ja eine ganz normale waffe praktisch die ich jetzt zum beispiel habe wer zum beispiel eine aber wenn sie dir mal zu nahe kommen kannst du ihn um die löffel hauen die die hauen so ziemlich schnell um vorigestolpert ein ausverkauf bei saturn weißt du Black Friday Das ist ein Tanker Ja Ja Der ist oben über uns Er ist gerade hochgesprungen Hab ich auch gesehen Na komm Put 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 Was hab ich denn für die bekippte Waffe Wer denn hin Aua Wer weiß nicht wen der angreifen soll Ja stopp halt du die Treppe runter Aua Penner Oh ich hab nen Pantyshot Müssen wir jetzt eigentlich wieder runter? Ich hab keine Ahnung Ja So leicht bin ich denn auch nicht okay Ich geh hinten nämlich hin Ich geh hinten nämlich hin Hör dich Lade 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 hier geht es auch nicht weiter hinten hin irgendwie so komisch längs laufen klar hier ist doch schon der raum gut hallo und schon wieder ein Päzisplatz läuft er will mich jetzt auch jemand angreift nicht definitiv tot erzeugt schocken hier da hier schon der Schutzraum hier da haben wir schon über die Masken werden kommt ein mit euch leute muss nicht das hat gar nicht so schlecht uh denn das wird eben nur schlimmer hier Das fetzt. Wir hatten schon echt lustige Sachen mit Sympathies gehabt, ne? Die fluchen immer so geil, ne? Weiß gar nicht, funktioniert das hier eigentlich auch so synchron, ja? Fluchen die bei euch dasselbe, zur selben Zeit wie bei mir, die Leute hier? Weiß ich nicht. Naja, wenn ihr auch Aufnahmen macht, werdet ihr die ja bestimmt auch hochladen, wenn wir es halt merken, ne? Ja. Ich habe ja nicht, ähm, gespeichert. Und so? Was hast du nicht gespeichert? Ich habe es ja nicht aufgenommen. Ach so. Ach, du bist ja im Livestream, ja. Das ist bisher... Jungs, was machen wir denn jetzt? Vielleicht. Aber Twitch speichert das doch auch, was du streamst, oder? Wenn man einstellt, ja. Und du hast es sich eingestellt. Jupp. Oh. Das ist schade. Naja. Naja, dafür nehme ich auf. Ja, dann ist ja alles gut. Auch wenn mir ein kleiner Bruchteil fehlt. Ach ja, das war ja nicht wirklich interessant. Wir standen da ja nur in dem, in dem, äh, Schutzraum, haben auf dich gewartet und dann da wieder antretende Wellen halt abgeschossen, ne? Verschwendet nicht eure ganze Munition. Das ist ja gerade, das ist ja gerade, das ist ja gerade so eine Hassstelle von mir bei dem Spiel, ja? Hier gehen sie immer alle mit mir drauf, ey. Schon immer irgendwie, seitdem ich dieses Spiel habe. Immer dasselbe. Weil sie immer alleine loslaufen und verrecken, ne? Man muss ja am besten immer zu zweit loslaufen. Ich würde eher sagen, wir sammeln erst. Packen die hier vorne hin. Oh, da, 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 da. Ah, du teuer mich. Irgendwas kommt. Jo. Sag mal, geht's doch. Hallo. Man sollte die DDR-Teile am besten erstmal hier vorne sammeln, aber nicht hochjagen. Das ist genau das Problem. Deswegen läuft man am besten immer zu zweit los und einer holt und füllt auch einen dabei und der andere schützt halt, ne? Da sind wir jetzt eh im Nachteil, weil wir nur zu dritt sind, weil KI kannst du vergessen. Ja. Da kannst du richtig hin und vor mir drücken. Meine Fresse. Bleib doch am Boden. So, wir nehmen die hinteren wieder. Würde ich sagen? Würde ich sagen? Lade nach! Super! Was? Monition! Lade nach! Oh, da hast du nicht so gebrüllt. Laufen wir zu dritt los. Ja, was da ist. So lange wie wir die Wellen überleben. Und dann irgendwann hier mal wegkommen, ist alles cool. Jo. Jo. Boah! So, einfach hier runter schmalzen. Oh ne, nicht dieses Kugel, nein. Toll, der hat den also runtergeworfen. Oh, toll. Das ist zwar echt versehentlich. Das ist natürlich sehr intelligent da. Ist das überhaupt das gerade? Benutzen wir gerade den offiziellen Server oder hostet einer von euch beiden gerade? So ist er. Okay. Wo ist der Trink? Open! Irgendwo läuft er rum. Da kann auch keine bleiben. Jetzt ist er unten! Ich habe ja einen Hunter am Arsch. Ich konnte ihm einmal ausweichen. Scheiße. Oh. Ich bin hinüber. Zu gebiet. Aufpassen! 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 Ernsthaft! Er geht auf mich los! Mach mal hin! Los! Komm! Mach! Mach! Ich bin nicht, stirbt doch einfach! Oh nein. Ich schrieb da dieses Vieh, ey. Und er geht auf mich los. Das war so klar, ey. Das schaffen wir irgendwie nicht mehr. Kann das sein? Doch. Healthpacks gibt es doch noch, oder? Ja, drei Stück liegen hier noch. Ich brauche gerade einen. Lade nach! Gut, weiter geht's! Moment! Ich muss mich ein... Irgendwie machen wir das schon. Oh, voll einfach um! So, ich komme! Gale hier! Gleiten wir es mal. wo kriegen wir jetzt den nächsten Sprit her hier ja genau das meine ich er läuft da oben alleine lang und läuft ins Verderben genau das meine ich genau das genau deswegen funktioniert das hier nicht okay dafür einmal jetzt habe ich hier so ein Dings am Arsch hier zweimal unten liegen schon mal zwei Stück geh weg so boink geh weg so weg damit unten liegen jetzt drei Stück so tschüss die unten liegen jetzt ein paar da oben liegen die beiden toll wieder enttankt wo unten Charger ich glaub das nicht ah ich häng fest verdammt oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit oh scheiße oh 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 endlich ach Klapperbacke wir brauchen noch 5 wir brauchen noch 5 wir brauchen noch 5 habt ihr es habt ihr es habt ihr es ja geil ey jetzt haben wir da zweimal Sprit auf das Dach geschmissen und da kommst du total beschissen hoch ne kacke kacke aber ich versuch's mal irgendwie muss das hier über die Treppe gegangen sein übers Geländer weg oh mein Gott was auch nicht schon wieder das Ding hat mich voll lieb ey was so ob ich da jetzt rüber komme büt na scheiße natürlich nicht ja und die Hunter nimmt mich auch noch mit hier ach mist oh god ich habe ich habe ich habe Falsch gelaufen ah verdammt drei stück ey mach das jetzt wie bei Zombieland aus der Hütte raus Zombie Killer der Woche hier ja Munition wir sind ja das geht sogar ich hab's nämlich sogar noch die die Magnum da ah ne das klappt von hier aus nicht schade kommt man nicht drauf aufs Dach ne 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 nur von der anderen Seite doch ich bin drauf gekommen cool ich schmeiß sie runter ich schmeiß sie alle runter frag nicht wie ich hab's einfach gemacht so einer fehlt uns noch wo ist der wo ist der wo gibt's denn irgendwo da oben oh Mann oh Mann schönen Tank ja großartig da hinten ist er jo lauft 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 wenn er das Ding schmeißt lauft da ein Stück Stein einfach mal aus dem Boden rausreißt dann hast du verloren ja wo bleibt der Penner wie kommt man da hin das ist doch ein tiefer hier mit dem Sprit ist doch da oh der ist vor mir oh man oh man nein ich liege das ist nett steh auf dafür ist jetzt wirklich keine Zeit da unten ist der oh kacke der ist auf der anderen Seite ne es kommt noch ein Hunter auch noch oh ich brauch wieder einen Muni ey ich kann mich gerade noch mal eben eine Runde heilen scheiße oh es war mir schon wieder abgeschmiert wieder rechner schon wieder raus ja oh Mist also irgendwas stimmt in my left for dead nicht du kannst ja mal die Daten überprüfen mit Steam vielleicht bringt das ja was weißt wie ich meine ne weiß ich gerade nicht ähm ja in der Liste wo du der Doppelklick der Spielstart ist mit der rechten Maus hast du drauf über Eigenschaften dann kannst du irgendwo sagen er soll die Spieldaten überprüfen es dauert dann einen Augenblick und dann weißt du was los ist naja ich bin tot man kommt hier gar nicht hin hier wo der Sprit da ist was soll das sein wir wollen mal gucken ob das schon hin aber wie aber wie ich weiß nicht ich weiß nicht oh Gott gerade da 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 oben da oben da 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 genau Hunter das werde ich von hier aus niemals überleben oder? ich bin so gut wie kaputt ich heiße doch nicht mich hat's zersägt mit euch auch jetzt oh scheiße ganz knapp ey einmal Sprit ja das gibt's doch nicht oh 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 nur weil ich abgeschmiert bin wisst ihr jetzt warum ich diese Etappe hier hasse? ja kann man sehr gut nachvollziehen hat mal jemals ne Hand frei? ich ich lebe aber noch aber du hast jetzt niemanden der dir wieder hoch helfen kann das ist das Problem oder? doch Coach Coach wenn das schafft ja aber die KI ist halt Mist ne? die KI ist halt Mist ich sagte es vorhin noch ja der wurde wohl gerade zugekommen nur wurde der von Charter gerade umgehauen scheiße ich bin dabei auszutecken boah also ich mach den Stream erstmal zu Ende und fließ erstmal Left 4 Dead weil ich hab erstmal was essen ja können ja erstmal ne Pause machen boah erstmal raus hier könnt ja mal gucken ob er ja ob er den Rechner da wieder grad mal eben zum laufen kriegt wenn möglich wäre wird ich seine Kinder ja ja ich kann ja 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 du ja ja